Kurzfilm Seit wann spielen Sie Klavier? Seit gestern. Seit wann tut der Bauch weh? Seit... Seit einer Stunde. Seit wann putzen Sie sich die Zähne? Seit drei Jahren. Oh ja, und deshalb haben Sie keine Zähne? Nein, deshalb sind meine Zähne echt sauber. Das ist ein wunderschönes Lächeln. Danke. Oh, Dornröschen, seit wann schläfst du? Seit 100 Jahren. Oh, das ist eine lange Zeit. Ja doch. Was ist passiert? Vor 100 Jahren habe ich mich gestochen. Wie kann ich dir helfen? An deiner Stelle würde ich mich küssen. Okay. Also, das ist ein wunderschönes Lächeln. Ach es. Ahem. Ahem. Hm. Ahem. 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 Vielen Dank.